Ist gut, du brauchst nicht auf meinen Fuß treten. Ich mach das jetzt schon auf. Hallo Khaleesi. Wir packen heute die Superbox. Genau. Die packen wir heute aus. Nicht ein Popoloch zeigen, sonst ist das hier erst ab 18. Und die Kleine hat sich hier sogar schon was rausgezogen. Ja, aber wir wollten das Unboxing ja auf Kamera festhalten. Das ist schon der Sammy. Und wir gucken uns jetzt mal zusammen das Paket an. Gehst du runter vom Paket, meine süße Maus? Bitte? Gehst du runter? Sonst kann ich es nicht auspacken. Hallo, mein schöner, mein schöner Fante-Mann. Ein schöner Gizmo, ne? Gucken wir uns das mal an. Wo ist denn dein Bruder? Kommt ihr auch noch rein? Ah, da ist er da, Bruder. Hallo, Gizmo. Gizmo, kommst du rein? Den haben wir ja alle hier versammelt. So. Gizmo, kommst du auch noch? Super. Schön, dass du heute auch da bist. Gucken wir uns das Paket jetzt an. Ja. So. Ja, wir werden uns alle jetzt das Paket angucken. Da brauchst du vielleicht niemanden zu tyrannisieren. So, dann machen wir das jetzt mal auf. Hier nix mit Fauchen, weil sonst gehst du nämlich raus, meine süße kleine Maus. Wie ist denn jetzt hier los? So garstig sind wir heute wieder unterwegs. Gizmo, wir machen das jetzt gemeinsam auf, ja? Ja. So, du brauchst nicht auf meinen Fuß treten. Ich mach das jetzt schon auf. Und was haben wir denn da drin? Oh, guck mal. Die darf jetzt auch hier gucken. Warum bist du denn so garstig? Bälle. Es reicht, Gizmo. Willst du da schon mal was leckern? Boah, die sehen ja lecker aus, oder? Jetzt reicht's hier, ne? Garstiger, Mooman. Zeig doch nicht den Leuten dein wirkliches Gesicht. Wir sind hier auf Social Media, wieso? Da muss man ein bisschen freundlicher werden. Kein Wunder, dass wir hier keine Product Placement bekommen, wenn du hier so rum miaust. Ah, da ist ganz schön viel drin. Oh, die machen wir mal auf, ne? Wir müssen nicht mal so übel gelaunt hier. Ja, die anderen sind schon alle echt verschrocken hier vor dir. Anwandern, Casino. Es ist genug für alle da. Für dich auch, Sammy. Komm her. Ja, Rego hat sich gerade auch Angst. Komm her, Mooman. Komm, mein Jübscher. Ich will ja sagen, diese Dinger riechen nicht besonders angenehm. Ja, das war jetzt alles in diesem Katzenpaket wieder drin. Das war echt dünstig und da könnt ihr echt sparen. Ich hab sowas ja schon mal angeboxt. Und die Katzen lieben dieses Paket auf jeden Fall. Wo ist denn der Fante, Mann? War das lecker? Nicht beißen. Was ist denn mit dir hier los? Willst du noch was zum Abschied sagen? Eher gut? Alles klar. Ich hab gehört, heute ist ja ein bisschen garstig. wir enden dann mal das Video. Grysou, willst du das auch noch mal probieren? Ja? Sammy, willst du das auch? Khaleesi, willst du auch was haben? Hier? Jetzt geht's. Also beenden wir jetzt das Video, ne? Khaleesi oder willst du nur was sagen? Ich denke, meine Katzen haben nichts mehr zu sagen, außer dass sie jetzt in Ruhe gelassen werden wollen. Genauso macht man das. Die arbeiten übrigens immer beide zusammen, wenn es ums Essen geht, ne? Mein Hübscher, joo. Oh, was willst du denn, willst du kuscheln? Kuschelst du? Ja, ist das schon nicht weit wo alles gewesen, was da drin ist? Sam, also da ist wirklich ganz schön viel für dieses Geld drin. Und dann... ... ... ... ... ...